Hi Lea, ich habe hier heute mal ein Musikvideo gedreht zu meinem Song Eole, wird hoffentlich ein neuer WM-Song, mal gucken, wenn er rauskommt im Mai, schade, dass du nicht dabei sein wolltest, wir haben echt mega viel Spaß und ja, ich hätte mir halt echt gewünscht, dass du halt auch dabei bist, aber vielleicht beim nächsten Mal, halt die Ohren steif und ja, schau einfach auf meiner Facebook-Seite, da stehen auch dann bald die Tourdaten und dann sehen wir uns, bis dann, ciao!